Musik Einen wunderschönen Abend, ein herzliches Willkommen an alle, die hier sitzen, tatsächlich Studierende, welche, die kurz vorm Abschluss stehen, Alumni, da bin ich ganz besonders froh drüber, ich bin über die Kollegen froh, die da sind, denn es läuft, wie gesagt, Saudi-Arabien, glaube ich, die Saudi-Arabische gegen Russland und es gibt auch anderes zu tun, ich freue mich natürlich über Freunde, die gekommen sind, hat der Zug wieder verspätet, oder? Es ist furchtbar, es ist furchtbar und ich freue mich, Frank Alba hat es schon gesagt, dass mein akademischer Lehrer und Doktorvater später und dann seit weit über 30 Jahren guter, guter Familienfreund mit seiner Frau hier ist, von der Mosel angereist, also die Freude wird hoffentlich die Nervosität verdrängen, die ich habe, da hast du völlig recht. Zwei, drei Sätze, bevor ich da einsteige, ich habe diese 17 Jahre sehr, sehr intensiv erlebt und ich habe sie gerne erlebt. Manche meiner Freunde sagen, das ist der längste Job, den du hattest, vorher bist du immer gegangen oder gegangen worden in anderen Jobs. Also das ist wahr, 17 Jahre war ich in keiner anderen Berufung und in keinem anderen Beruf unterwegs und sie haben auch mich geprägt und was mir neben vielen anderen den meisten Spaß gemacht hat und das werde ich mit Sicherheit vermissen, ist das Zusammenarbeiten mit jungen Menschen. Das gibt einem, das mag lächerlich klingen, aber es gibt einem das Gefühl, selber jung geblieben zu sein und man bleibt dran, wenn man auch nicht mehr alles versteht, was da so heute gemacht wird. Also ich verstehe zum Beispiel nicht, warum man so durch die Stadt gehen muss und die Ohren zuhaben muss, aber ich muss auch nicht alles verstehen. Und das ist dann vielleicht auch schon der kleine Schwenk zu dem Thema, auf das ich gleich kommen werde. Also ich habe hier ganz, ganz viel auch selber gelernt, jeden Tag neu gelernt. Ich war vor Herausforderungen gestellt, ich war in meiner ersten Vorlesung zwei Wochen, nachdem ich hier angefangen hatte. Es gab ein einziges Buch als Literatur zu Vertrieb damals vor nur 17 Jahren. Das war also überhaupt kein Thema in Deutschland, in der Wissenschaft sowieso nicht. Und ich habe damals, wie man das Lehrern so voraus- oder nachsagt, ich war immer so zwei Charts vor der nächsten Vorlesung, also zwei Slides oder zwei. Ich habe damals tatsächlich noch, oder wir haben alle noch mit Folien gearbeitet. Das hat sich ein bisschen verändert, aber das da muss sich jetzt auch neu gestalten und wir werden schauen, Frank hat die Latte wirklich sehr hoch gelegt, ob ich da drüber springen kann mit Ihnen gemeinsam. Vertrieb 2032, wie sind wir draufgekommen? Nicht meine Idee, sondern die von Frank Albe. Ich werde sie gleich erklären. Naja, man soll sich nicht mit fremden Federn schmücken. Aber es gibt drei Punkte, die das Thema dann doch wieder spannend machen. Es ist kryptisch. Und damit macht es vielleicht neugierig, haben wir uns gedacht. Und der Saal ist zwar nicht ganz voll, aber er ist ganz gut voll. Zweitens, das sage ich immer bei der Vergabe von Themen, oder habe es gesagt, fokussiert euch. Werdet euch klar, was ihr wolltet, dann können wir es auch ins Thema schreiben. Und wenn nicht, dann muss ich euch ein Thema geben, das ganz, ganz weit ist. Dann habt ihr ganz viel Spielraum. Das ist so weit, dass ich ganz viel Spielraum hatte in der Vorbereitung. Und der dritte Grund, warum 2032, also die Idee von Frank Albe, 2032, jetzt kann es ja auch jeder nachrechnen, bin ich 80. Und das ist ja auch so ein Datum. Und so der liebe Gott will, kann ich selber dann drauf gucken, was ich heute, naja, prognostiziert wäre zu viel gesagt, was ich heute vermute. Und möglicherweise können wir dann auch mit dem einen oder anderen diskutieren, inwieweit das richtig war oder falsch war, worüber wir gleich gemeinsam, gemeinsam hoffe ich, sprechen werden, weil Vorlesung heißt für mich ja auch immer Fragen stellen und kommen Sie auch gerne dazwischen. Das gilt für alle, nicht nur für die Studierenden, wenn Sie Fragen dazwischen haben, da müssen Sie gar nicht aufschreiben, dann kann ich vielleicht gleich drauf eingehen. Ich muss natürlich auf die Uhr gucken, weil er hat ja recht, ich sage, im Durchschnitt fünf Folien pro anderthalb Stunden und das sind jetzt 15. Also dann können Sie hier, aber ich wollte Sie früher in den Feierabend schicken. Was will ich tun in diesem Zusammenhang, wenn es dann ginge? Aber das werden wir hoffentlich gleich hinkriegen. Ich will auf der Basis, auf der Grundlage von Zahlen, Daten, Fakten, Erkenntnissen, Studien versuchen abzuklären, ob wir nicht tatsächlich einen kleinen Blick in die Kristallkugel eines Vertriebs 2032 werfen können. Das ist ein ganz, ganz weites Feld und da könnte man in der Vorbereitung, habe ich es für mich gemerkt, da könnte ich ein ganzes Semester damit füllen, wahrscheinlich sogar zwei, weil es ja ganz, ganz viele Aspekte gibt, die 2032 für den Vertrieb relevant werden könnten. Wir haben vor drei Wochen für den ersten Termin gesagt, Globalisierung wäre so ein Thema oder ein Teilthema zumindest, über das man nachdenken könnte. Aber ein zweites Teilthema ist, und das werden wir gleich sehen, die Digitalisierung. Ich werfe mal gerade einen Blick zurück nach 2001. Das waren meine Probevor... Das sind vier Charts aus meiner Probevorlesung. Damals ging es auch um Trends. Welche Trends haben damals denn so existiert? So hieß das Thema, IKT, also Informations- und Kommunikationstechnologie. Und ich habe seinerzeit gesagt, was gibt es für Markttrends, damals für IT-Hersteller, das gilt aber natürlich generell und einige von den Studierenden werden sich ja entsinnen, dass ich dieses Chart allerdings, das war damals das Design, das ich mir ausgedacht habe für das Logo hier, was ist das, Auberginen und Petrol, was wir damals hatten, versucht anzupassen. Das hat auch nicht funktioniert hier. Also ist Kollege Schüle da, das war schon ein ziemlicher Reinfall, rein optisch zumindest. Also Vergleichbarkeit der Produkte ist gestiegen, Markt ist transparenter geworden, all diese Dinge, die können wir heute sehen. Das ist so. Und ich glaube auch nicht, dass das besser wird. Und dann habe ich seinerzeit auch gesagt, ja, es gibt vielfältige Anforderungen und da gibt es mangelnde Transparenz, Anforderungen, Nachfragemarkt, Integration von Anwendungen, Einsatz von E-Commerce, seinerzeit, ich habe über CRM gesprochen, Internetpräsenz, Integration von Hard- und Software. Eigentlich könnte ich aufhören, aber ich habe damals schon auf diese Dinge hingewiesen, ohne mir klar zu sein, dass es auch heute noch Relevanz hat. Und ich habe vor allen Dingen eines gesagt, Vertriebsaufgabe ist eben nicht Verkaufen, sondern Vertriebsaufgabe ist eine Vielfalt von nicht direktverkaufenden oder verkäuferischen Aktivitäten, Leistungsintegrator, Systemführerschaft, Consulting, also Beratung im allerweitesten Sinne, Systemintegrator. Und es geht nicht nur um IT-Systeme. Und dieses Thema One-Face-to-the-Customer, also das heißt Beziehungen aufzubauen, das war damals im Fokus. Und ich sage dazu, das ist auch heute noch im Fokus, und das ist das erste Mal, dass ich in einer Veranstaltung was trinken muss, weil der Mund jetzt schon trocken ist. Aber ich sage Ihnen auch, die Nervosität fällt langsam ab. Langsam. Okay. Ist das eigentlich eine Folie oder vier Folien? Das ist eine Nutzfolie hier, da sind aber vier Folien drauf. Genau. Also, was habe ich mir überlegt? Wir könnten vor dem Hintergrund der Digitalisierung, des Megatrends Digitalisierung, ja mal schauen, wie könnte es denn in Zukunft ausschauen? Der liebe Freund Heinrich Hackfeld, der auch heute hier ist, wo sitzt er? Da sitzt er, hat mir gestern noch eine Mail geschrieben, das ist aber ziemlich ambitioniert, um nicht zu sagen mutig, 2032. Wenn man mal so zurückguckt, in den 20ern, Warner Brothers, wahrscheinlich kennt man das, Warner Brothers hat seinerzeit gesagt, im Übergang zur Tonfilmzeit, wer will schon Schauspieler sprechen hören? Das hat sich dann als sehr falsche Prognose erwiesen. In den 50er Jahren hat so ein IBM-Oberer gesagt, die waren seinerzeit ja noch Büromaschinenhersteller, die Welt wird wahrscheinlich maximal vier Computer brauchen. Ich glaube, das ist auch nicht richtig. Und Bill Gates soll gesagt haben, das ist nicht wirklich verbrieft, in den 80ern, eine Bildschirmauflösung von 640x480 Pixeln reicht für die Zukunft. War auch nicht richtig. Das kann man davon ausgehen, dass das, was ich Ihnen jetzt erzählen werde, auch nicht richtig sein wird. Aber schauen wir mal. Also, Megatrend, was ist ein Megatrend? Das ist erstens mal ein sehr trendiges Wort, ne? Jeder benutzt es heute, oder häufig wird es benutzt. Was ist ein Megatrend für Sie? Es gibt Erklärungen dafür oder Definitionen. Keiner eine Idee, was ein Megatrend ist? Nicht alles ist ein Megatrend, was so heißt. Megatrends bezeichnet man normalerweise oder üblicherweise als Trends, die erstens schon lange existieren und die auch die Aussicht haben, in Zukunft weiter zu existieren. Und Digitalisierung ist deswegen ein Megatrend, weil den Herrn Zuse hat, den Herrn Göttingen, der hat angefangen damit, Digitalisierung möglich zu machen, Erfindung des Computers. Wir haben die IBM seit den 60er Jahren, haben wir schon Systeme, ERP-Systeme, hießen sie damals noch nicht. Wir haben EDI seinerzeit auch von der IBM entwickelt und erfunden worden. Das heißt also Verbindung zwischen Computern, zwischen Rechnern von Unternehmen oder Institutionen. Also das gibt es schon sehr, sehr lange. Und vieles von dem, was heute gehypt wird, ich sage mal dieses auch Mode-Wort, das gibt es schon wirklich sehr lange. Also insofern, man muss auch keine Angst davor haben. Also, wir schauen mal an. Was ist denn Digitalisierung? Das ist ja eine Vorlesung, da müssen wir die Dinge auch ein bisschen grundlegen. Was ist Digitalisierung? Wenn wir das mit dem Megatrend schon nicht hatten. Okay, es ist ja relativ einfach. Es ist nichts weiter als die Transformation von analogen Daten, Werten, Fakten, Informationen etc. in eine digitale Form. Und alle, die zumindest Studierende hier waren und sind, wissen das von Kollegen Schüle, 0 und 1. Mehr ist es nicht in differenzierterer Einfolge. Also, Übertragung in eine digitale Form, eine Speicherung dieser digitalen Daten und eine digitale Weiterverarbeitung. Das ist es. Das tut eigentlich nicht weh. Es gibt Vorteile, ja klar. Ich kann nur ein paar hier nennen. Eine vernetzte, also miteinander verbundene, eine multilaterale, vielseitig verbundene, eine digitale Weiterverarbeitbarkeit oder überhauptverarbeitbarkeit im Rahmen von Prozessen, im Rahmen von Analysen, Stichwörter wie Big Data oder Data, wie Data Mining, wie Data Drilling und anderes und auch von Problemlösungen. Algorithmen und künstliche Intelligenz spielen hier eine ganz entscheidende Rolle. Weiterer Vorteil, Schnittstellenfreiheit. Da werden jetzt viele lachen, zu Recht. Deswegen habe ich auch hingeschrieben, zumindest was die Art der vorliegenden Daten anbelangt, weil Digitalheit digital ist. Dass wir tatsächlich immer noch große Schnittstellen, Schwierigkeiten haben, die zu überwinden sind, ist unbestritten. Aber auch dort wird es Fortschritte geben, da können wir alle sicher sein. Und letzten Endes natürlich Geschwindigkeit der Verarbeitung und des Zugriffs auf solche Daten. Das sind sicherlich Vorteile, die wir mit der Digitalisierung verbinden können. Basis. Da sollten wir uns ein bisschen merken, weil wir in der Folge, oder weil ich mit Ihnen in der Folge schauen will, inwieweit Digitalisierung Auswirkungen haben kann, positive Auswirkungen haben kann, auf vertriebliche Themenstellungen. Ja, damit wir das auch noch ein bisschen griffig machen, was sind das für, naja, Ausprägungen habe ich geschrieben, Thema Automatisierung. Da müssen wir nicht nur an Industrie 4.0 denken, Kollege Vollmer hat mir vorhin gesagt, den Begriff gibt es gar nicht in den USA beispielsweise. Aber Automatisierung ist so ein Thema, wenn eben Maschinen, Datenträger im allerweitesten Sinn miteinander vernetzt sind und automatisch Prozesse betreiben, überwachen, verändern, wie auch immer. Das ist sicherlich eine Ausprägung, eine weitere Ausprägung des Themas Vernetzung. Das heißt Verbindung unterschiedlicher Daten, ich nenne es jetzt mal wirklich nur Datenträger, ich könnte auch sagen Computer oder anderes, aber natürlich damit auch das Thema Vernetzung letztlich von Menschen. Das sind diejenigen, die diese Gerätschaften noch anwenden. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Digitalisierungs, eine ganz wichtige Digitalisierungsausprägung, nämlich die sogenannten Ein- und Ausgabeeinheiten, wie wir sie früher mal genannt haben. Heute sagen wir dazu, wie nennen wir es? Jetzt fehlt mir schon ein Wort, aber das wissen Sie aus meinen letzten Vorlesungen, manchmal fehlen mir Wörter, altersbedingt glaube ich. Bitte, Devices, jetzt habe ich, das sind Devices, ja? Devices. Ein schönes Beispiel einer Studie von Roland Berger aus 2015, wenn ich das richtig im Kopf habe, da hat ein Unternehmen, ich weiß jetzt gerade nicht, was für eine Branche es war, ein Unternehmen Pets eingeführt, also iPad seinerzeit wahrscheinlich. Und sie haben sechs Monate, nachdem das eingeführt worden ist, haben sie sehr, sehr entscheidende und verblüffende Ergebnisse erzielt. Ich will es mal ablesen, ich habe es mir nicht genau gemerkt, fünf bis zehn Prozent Abschlusserfolg pro Konzept, um fünf bis zehn Prozent ist der Abschlusserfolg von Vertrieblern pro Kontakt gestiegen. Fünf bis zehn Prozent, naja, ist das schon mal was. Zehn Minuten weniger Zeit für so einen sogenannten Standard-Pitch, das ist also sicherlich keine aufwendige, keine weitgreifende, keine sehr komplexe Industrie, in der das angewendet worden ist. 41 Prozent ist die Anzahl der Abschlüsse pro Mitarbeiter gestiegen in diesen sechs Monaten durch die Unterstützung mit iPads in ihren Verkaufsgesprächen und insgesamt um 69 Prozent ist der Gesamtwert der Abschlüsse gestiegen. Also das finde ich schon sehr, sehr erstaunlich. Jetzt muss man allerdings eines sagen und auf einem Chart, da wird es dann auch nochmal kommen. Das können wir nicht verallgemeinern. Business to Business und Kollege Albe hat es ja auch schon gesagt, Vertrieb verstehe ich ausschließlich im Business to Business Bereich. Das ist ein so weites Feld mit Unternehmen, so unterschiedlicher Größenordnung, mit Unternehmen, so unterschiedlicher Branchen, da können wir nicht Ergebnisse, die es gibt oder auch Schlussfolgerungen, die wir ziehen werden, verallgemeinern. Wir müssen individuell dran gehen. Weitere Ausprägungen, natürlich das Thema Plattformen, das sind jetzt hier Social Media Plattformen, aber wir können auch über andere Plattformen nachdenken, die es im Business to Business auch schon länger gibt, Verkaufsplattformen, Angebotsplattformen beispielsweise. Und letzten Endes auch das Thema Augmented Reality. Das heißt also, die Unterstützung der Realität durch virtuelle Möglichkeiten, ich sage es mal ganz allgemein, und wir kennen das ja sogar schon, zumindest in Fernost gibt es das offensichtlich, dass man auf dem Smartphone, auf das man ja dauernd guckt, dann auch die Straße eingeblendet kriegt, auf der man geht. Das ist dann auch Augmented Reality, damit man eben nicht über den Randstein stolpert. Ich glaube, jetzt sind wir alle auf, ich hoffe, wir sind alle auf einem Stand, worüber ich nachdenke oder worüber wir nachdenken. Deswegen sollten wir uns jetzt mal noch kurz das Thema Algorithmen und künstliche Intelligenz anschauen, weil es ein wesentlicher, aus meiner Sicht ein wesentlicher Punkt ist, wenn wir beurteilen wollen, wie denn Digitalisierung und die Effekte in der Zukunft wirken können oder wirken werden. Vielleicht da noch eins davor, gleich gesagt, ich war in meiner Jugend und auch danach immer so einer der Early Adapters, wenn es um neue Technologien geht. Ich hatte immer das Neueste, was es auch immer gab. Ich hatte den HP100, das war so ein ganz kleiner Rechner zum Aufklappen mit Tastatur und DOS drauf. Anfang der 90er, ich hatte immer das neueste Handy, etc. und heute denke ich manchmal, bist du denn jetzt hier zum Maschinenstürmer geworden? Also, ich bin nicht dagegen mehr, überhaupt nicht, aber ich sehe die Dinge vielleicht etwas gelassener als damals. Also, zurück zu Algorithmen und künstlicher Intelligenz. Was ist ein Algorithmus? Eine Vorgehensweise, so kann man es finden in Definition, die, und jetzt kommt es in einer wohl definierten Abfolge, von Einzelschritten, ein Problem löst oder eine Frage beantwortet. Und anhand eines Lösungsplanes, der dahinter steht, werden Einzelschritte, in Einzelschritten Eingabedaten in Ausgabedaten umgewandelt. So einfach kann man das ausdrücken. Dass Algorithmen sehr komplex sind, wissen Sie, haben Sie zumindest eine Vorstellung davon, wie sonst könnte Ihnen Amazon die richtigen Produkte anbieten, wie sonst könnte Google wissen, was Sie, wenn Sie etwas suchen, was Sie am ehesten finden möchten, etc. Also, das ist schon sehr komplex. Und was ist künstliche Intelligenz? Da gibt es Bücher drüber und da verstehe ich das meiste nicht. Deswegen hier so eine kurz gefasste Definition. Es gibt eine schwache und eine starke künstliche Intelligenz. Die starke gibt es noch nicht wirklich. Die existiert also nur gedanklich. Die schwache gibt es. Und worum geht es? Um die Simulation eines Intelligenz, die ich jetzt eigentlich ein Gänsefüßchen schreiben soll, aus meiner Sicht zumindest, Verhaltens mit Mitteln von Mathematik und Informatik. Letzten Endes auch auf der Grundlage von Algorithmen. Und selbst wenn künstliche Intelligenz, und das gibt ja solche Produkte, solche Programme schon, dazulernt, das heißt Programme selbstlernend sind, dann muss irgendwer vorher, und das ist das große Aber, das ich dahinter setze, dann muss irgendwer vorher sich Gedanken darüber gemacht haben, was ein Programm tun soll, was ein Algorithmus tun soll, was ein Programm, das künstliche Intelligenz darstellt, leisten soll. Das heißt, da muss Menschen vorher gedacht haben. Gedacht haben, was Maschinen hinterher möglicherweise noch zusätzlich denken. Und das ist, für meine Begriffe zumindest, etwas, was man im Hinterkopf haben sollte. Also nicht zu technikgläubig, ja, das wird alles passieren und es wird alles besser und die Maschinen sind schlauer als wir. Das ist ein Schachcomputer, die Abermillionen möglicher Züge schneller, also erstens sie beherrschen kann und sie schneller gegeneinander bewerten kann als selbst der beste Schachspieler oder wie heißt dieses noch kompliziertere chinesische Spiel, Go, Go, irgendwas, und dann gewinnen kann. Das ist für mich nicht überraschend, weil das ist alles absehbar. Die Frage ist, damit greife ich schon ein bisschen voraus, ob Aspekte menschlichen Verhaltens auch so abgebildet werden können, ob ein Mensch sich vorstellen kann, einen anderen Menschen oder Verhaltensteilbereiche als andere Menschen so abzubilden, dass man das tatsächlich dann eben mit Hilfe künstlicher Intelligenz nachahmen kann. Ich habe da meine Zweifel, aber wir können uns 20, 32 ja treffen und dann schauen, was passiert sein wird. Gut, Programmierfehler können dann natürlich auch noch drin sein. Hat einer oder hat eine Gruppe eine Idee, so und so sollte es sein, gibt es dann 20 Programmierer und die machen dann was draus. Okay, so weit, so gut Fragen bis hier. Einwände, viel wichtiger. Gut, dann nicht. Ich habe zwei Dinge mir vorgenommen. Zum einen die Ergebnisse einer Studie, ich habe es vorhin, glaube ich, schon gesagt, von A.T. Kearney, die von 2016 ist, heißt das, die Daten sind aus 2015, also nicht ganz so alt, die 1.600, international 1.600 Vertriebsmanager aus unterschiedlichsten Business-to-Business-Branchen, also auch sehr komplexen, befragt haben, was denn bitte schön die Erfolgsfaktoren und die Erfolgstreiber eines Vertriebes in der Zukunft sein werden. Also die haben 2024 gesagt, naja, das ist natürlich ein bisschen läppisch, deswegen gucken wir nach 2032. Nichtsdestotrotz, das, was dort auftaucht, ist ganz spannend zu sehen. Sie haben drei Hauptfelder identifiziert nach Ihrer Befragung. Ich kann die Güte der Befragung nicht beurteilen, logischerweise. Der erste Punkt heißt, beschaffen und einkaufen, einfach machen. Ein Erfolgsfaktor, Business-to-Business. Wir reden ausschließlich von Business-to-Business. Und dass es da komplexer zugeht, als wenn wir bei Ebay uns möglicherweise ein neues Handy beschaffen, besorgen oder vielleicht auch nur die Handyhülle, das kann sich hoffentlich jeder zumindest mal grob vorstellen. Also was heißt das? Beschaffen, einfach machen. Schnelle und einfache Interaktion und Zusammenarbeit. In den folgenden Charts habe ich all das, was ich aufgeführt habe, dann mal so sehr grob, sehr grob zugegebenermaßen, bewertet, beurteilt. Und ich sage an dieser Stelle, ja, da wird Digitalisierung vollständig, also diese Notwendigkeit wird sie vollständig unterstützen können. Tut sie zum Teil ja heute schon. Es gibt zum Beispiel, oder es gibt ein Beispiel, die Firma WIRT, die auch jeder kennt aus den Vorlesungen, die wird jeder, fast jeder unserer Dozenten nimmt die mal her. Die haben ein System entwickelt, digitales System, wo der Handwerker auf seinem Smartphone oder auf seinem Pad oder wo auch immer Bestellung aufgeben kann. Die wird zentral erfasst. Gleichzeitig wird sein Standort erfasst und 60 Minuten später kann er das, was er da bestellt hat, was er braucht, was er vergessen hat, auf den Bau mitzunehmen, am nächstgelegenen WIRT Standort abholen. Das ist einfach, oder? Das ist einfach. Lean automatisiert, industrialisiert und skalierbar. Da habe ich mal so ein Hack in den Klammer gesetzt. Das heißt, ja, sicherlich, in Teilbereichen, aber nicht vollständig. Lean heißt schlank. Wenn Sie sich heute IT-Installationen in Unternehmen anschauen, dann sind die in aller Regel alles andere als schlank ins Lösungen und was es so alles gibt. Aber da lässt sich sicherlich was machen in Zukunft. Automatisiert, ja, klar. Das ist ja ein Ziel der Digitalisierung, auch Vorgänge zu automatisieren, die automatisierbar sind. Industrialisiert, ja, das heißt Business-to-Business anwendbar. Skalierbar heißt auf die Unternehmensspezifika anpassbar. Und das ist der Punkt, wo ich sage, hm, für den Vertrieb. Wenn ich mir einen Kraftwerks, den nehme ich immer wieder mal wieder, einen Kraftwerkshersteller anschaue, dann weiß ich nicht, inwieweit über digitale Möglichkeiten es sinnvoll ist, es überhaupt machbar ist, skalierbar, auf den Kunden wunschbezogen, digitale, weitreichende digitale Unterstützung zu kriegen, um den Verkauf zu fördern. Ich glaube, er nicht, und da schüttelt auch ein weißer Mann den Kopf, von dem ich weiß, dass er sehr viel von der Welt weiß. Also ich glaube, ja, da wird es was geben, wenn, nehmen wir wieder Wirt, ja, der verkauft Schrauben, Nägel, Befestigungsmaterial, also ein Handelsunternehmen ja in erster Linie, ja, da kannst du skalieren, das glaube ich schon. Aber bei dem Spezialmaschinenbauer eher nicht. Zumindest nach meiner Auffassung. Der zweite wesentliche Punkt, den man hier herausgefunden hat, wann, wo und wie auch immer. Das wird passieren. Sie, die Sie hier sitzen, denken Sie mal 2032, also 14 Jahre weiter, dann sind Sie in irgendeinem, hoffentlich in irgendeinem Job, muss ja nicht unbedingt der Einkauf sein, aber könnte sein und Sie werden, weil Sie es heute schon gewohnt sind, mit Ihrem, mit Ihrem Device, was auch immer das dann sein wird, vielleicht ist dann auch die Google-Brille oder was auch immer, werden Sie sowieso umgehen, wie selbstverständlich, Sie werden auch erwarten, das im Geschäftsleben, das, was dort, naja, ich sage es mal, Commodity-Vorgehen ist, auf diese Weise lösen können. Das heißt, umfangreiche Nutzung von digitalen Kanälen wird eine Normalität sein und das wird auch möglich sein. Das ist heute schon möglich und das wird auch im Business-to-Business, ist heute zum Teil im Business-to-Business möglich, wird aber mit Sicherheit auch umsetzbar sein. Synchronisierung aller Kanäle und Kundenkontakte, das ist dann eine Notwendigkeit, dass man, egal wo man sitzt und wie man es denn tut mit dem Unternehmen, als Kunde mit dem Unternehmen auf gleiche Weise in Verbindung kommt und auch eine Historie vorfinden kann, beispielsweise, um zu wissen, oh, das habe ich gemacht, das ist passiert, jetzt muss noch dies oder jenes passieren. Ich glaube, auch hier können wir Ja sagen mit Einschränkungen, denn Koordination der Kanäle bedeutet ja auch und Kundenkontakte, dass wir nicht nur die eigenen Kanäle koordinieren müssen, sondern wir müssen auch diese mit denen des Kunden koordinieren und die sind ja nicht alle gleich gestaltet. Also insofern Ja, aber mit Einschränkungen. Der dritte Punkt für Beschaffen und Einkaufen einfach machen, antizipativ und personalisiert zu agieren. Wesentlicher Punkt, wie ich denke, denn eines meiner Credos ist immer gewesen und bleibt es auch Kundenorientierung. Ich werde da später nochmal kurz drauf kommen. Wenn wir uns nicht am einzelnen Kunden als Unternehmen, als Business-to-Business-Unternehmen orientieren und da haben wir gute Möglichkeiten, dann werden wir nicht erfolgreich sein. Das gilt heute und das wird 2032 mindestens genauso gelten. Das heißt, das müssen wir tun, wir müssen kundenspezifisch interagieren. So wie der Kunde es will, hat ein bisschen was hier auch mit dem wann und wo auch immer zu tun. Ich habe da zwei Zitate gefunden. Ein Unternehmen sagt im Rahmen dieser Studie, wenn dir nicht die Vielfalt von Kanälen und Einkaufswünschen unserer Business-Kunden berücksichtigen, dann bleiben wir hinten dran. Also ohne Webshop geht es nicht. Und ein anderer Hersteller von, ich weiß es auch nicht mehr, es spielt aber auch keine Rolle, der sagt, also online einkaufen, unsere Kunden wollen persönlichen Kontakt. Also das geht so weit auseinander. Die Wahrnehmungen, ich sage vielleicht auch die Tatbestände, so wie sie heute sind, da in die Zukunft zu gucken, ist tatsächlich ein Risiko. Aber wir schauen mal. Also, auch hier wird Digitalisierung nach meiner Auffassung Unterstützung geben können, aber es wird nicht vollständig digitalisierbar sein. Das ist ja immer der Punkt. Wenn ein Haken dran ist, dann sage ich, ja, das ist im Prinzip vollständig digitalisierbar. Und vorkonfigurierte segmentspezifische Leistungsversprechen, ja, das kann man sicherlich auch machen mit so einem Haken. Solange das, was der Kunde möchte, was der Kunde braucht und das, was sie eben anbieten können, nicht hochkomplex ist. Ich streiche das hoch sogar weg und sage, was nicht komplex ist. Solange das einfach ist, eine Tonne M8-Muttern, Sie wissen, die nehme ich auch immer ganz gerne her, verzinkt ST37. Die kann man vorkonfiguriert, kundenspezifisch anbieten und verkaufen. Da brauche ich wahrscheinlich keinen einzigen Menschen mehr dazu. Klammer auf, ich weiß nicht, ob ein Unternehmen, das dann immer wieder eine Tonne M8-Muttern braucht, für den ersten Kontakt und vielleicht auch für das immer wieder notwendige Auffrischen der Beziehung und das Sichermachen, des Sicherstellens, dass wir mit dem richtigen Partner zusammenarbeiten, auch den persönlichen Kontakt hier wieder braucht. Ich sage, ich weiß es nicht, aber ich bin ziemlich sicher, dass es so ist. Mehrwertschaffen ist die zweite Hauptgruppe, die man herausgefunden hat. Ja, die Angebote müssen konfigurierbar sein, also innovative Produktservice und Lösungsaspekte müssen untergebracht werden und da gibt es eine ganze Reihe von Beispielen. KSB beispielsweise, Pumpenhersteller aus bei Mannheim, südlich Mannheim, der stellt, und das sind Businesskunden, der stellt seinen Kunden die Möglichkeit zur Verfügung, Pumpen individuell zu konfigurieren mit Eigenschaften, die sie halt haben müssen für ihre Anwendung und das können sie online machen und dann auch bestellen. möglicherweise ist aber auch notwendig, dass hier und da mal noch eine Frage gestellt werden muss, die dann das System nicht beantworten kann. Ob das in 14 Jahren alles vollautomatisiert beantwortbar ist, bleibt dahingestellt, vielleicht deutlich mehr als heute, aber alles im Einzelfall nicht. Wir kommen gleich später nochmal auf ein Thema, das dann immer auf das hier auch mit zurückspiegelt. Also können wir sagen, ja, grundsätzlich schon, solange es, ich sage mal, vergleichbar simpel bleibt. Angebote modularisieren zu können oder überhaupt modularisierte Angebote zu haben, also das heißt, Bausteine, die wir zusammensetzen können, das kennt man schon lange, in Papierform, bei Metallbauern, im Baugewerbe etc., die haben ja auch entsprechende Systeme, da packen sie die Module dann zusammen und dann am Ende steht die Garage hoffentlich oder auch nicht. Ja, das kann man sicherlich machen, aber auch hier wieder mit Einschränkung, je nachdem, wie komplex das ist, was wir verkaufen, respektive wie komplex und kompliziert das ist, was der Kunde braucht und wo das, was der Kunde braucht, anderweitig eingebunden werden muss. Wir sind im Zweifel ja nicht da, wir liefern nur einen Teil eines für den Kunden, komplexeren Systems, Projektes, was auch immer. Also, ja, aber mit Einschränkungen. Ja, kooperativ und vernetzt können wir Mehrwerte schaffen, Kooperation mit anderen Unternehmensbereichen, also intern, aber auch mit externen Partnern. Intern, ja okay. hätten wir ein System, idealtypischerweise, ob da nur SAP drüber steht oder Salesforce oder was auch immer, ein System, dass tatsächlich alle Informationen, die im Unternehmen verfügbar sind oder die dem Unternehmen auch permanent verfügbar gemacht werden, für alle Mitarbeiter selektiert, nach deren Bedarf verfügbar macht. Hätten wir ein solches System, dann würde ich da einen Haken dran machen, intern zumindest. Haben wir aber nicht. Ja, je größer Unternehmen werden, umso mehr Insellösungen haben wir, finden wir vor. Und ob das in 14 Jahren noch so sein wird, weiß ich nicht, weil ich weiß, wie lange es dauert, solche Inseln da wieder rauszuhauen. Silo-Bildung, die wir in Unternehmen ja auch organisatorisch haben, aufzulösen, müsste man da natürlich auch tun. Müsste man da nämlich auch tun. Ich habe einen Haken dran gemacht, also einen Jahr, das wird gehen, unter der, wenn man 14 Jahre weiterdenkt, unter der Voraussetzung, das wird tatsächlich intern, aber eben auch extern, all das austauschen können und verfügbar machen können, was wir brauchen, um mehr Werte beim Kunden schaffen zu können. Das gilt dann natürlich auch für gemeinsame Entwicklung mit Kunden, passiert ja heute schon, Automobilzulieferer, die entwickeln, CAD-Files werden ausgetauscht, es sei denn, man sitzt auf dem Land und hat noch keine schnelle Leitung, dann dauert es einen halben Tag, bis man so einen CAD-File irgendwo hinkriegt. Aber ja, ich denke, das ist sicherlich durch die Digitalisierung vollständig erfüllbar. Aber wir müssen auch über den Vertrieb hinausdenken, um mehr Werte zu schaffen. Also wir müssen, es gibt einen Chart von mir, da steht dann auch Business Orchestrator drauf, vielleicht erinnert sich der ein oder andere, als ich das gelesen habe, habe ich gesagt, die haben bei mir abgeschrieben. Also das Orchestrieren von Partnern und internen Funktionsbereichen. Wenn ich Vertriebler bin, dann bin ich an der Schnittstelle zwischen dem anbietenden Unternehmen und dem Kundenunternehmen. Und ich habe mir gesagt, ich muss mich auf den Stuhl des Kunden setzen können, ohne natürlich die Ziele, die Belange, die Bedarfe des eigenen Unternehmens zu vergessen. und muss dann eine der Aufgaben, eine der Rollen, die zu übernehmen sind, muss dann wie so ein Dirigent interne und externe Bereiche harmonisieren, damit die gemeinsam klingen, damit die gemeinsam spielen. Das ist sicherlich eine ganz große Herausforderung. Und die Frage ist, inwieweit können wir da voll auf Digitalisierung zurückgreifen? Ich glaube, eher nur eingeschränkt. auch die Aufklärung von Kunden, wo Mehrwertschöpfungsmöglichkeiten liegen. Ja, habe ich, glaube ich, auch mit in Klammer so ein Häkchen gemacht. Es gibt Beispiele. Ich überlege gerade, General Electric, glaube ich, ist es, unter anderem Medizingerätehersteller, die nicht nur Medizingeräte verkaufen, sondern eben Chance zur Mehrwertschöpfung ihren Kunden, also Krankenhäusern oder anderen, eben auch integrierte Schulungen, Weiterbildung, Trainingsmaßnahmen zum Beispiel anbieten. Anderes Beispiel fällt mir gerade nicht ein, spielt aber auch keine Rolle. Wie viel Uhr haben wir? Okay. Werte neu definieren oder Werte neu definieren. Da haben Sie es drüber geschrieben, wissenschaftlich. Markt, Kunden, Performance-Analysen auf Big Data-Basis. Ja, das ist eines der großen Themen. Big Data heißt also viele Daten unterschiedlicher Art, qualitative, quantitative, quantitative Daten und die gemeinsam herzunehmen, einen Blick drauf zu werfen, sage ich mal, sehr vereinfachend und daraus Schlussfolgerungen zu ziehen, das ist ja gerade das Thema von Algorithmen und von künstlicher Intelligenz, also unter anderem das Thema. Kann man sagen, ja, das wird sich weiterentwickeln und da werden Unternehmen erfolgreich sein, wenn sie Digitalisierung einsetzen. Beim Thema Vorhersagemodelle und Experimente habe ich sowas gemacht. Jetzt frage ich Sie mal, warum habe ich das eingeschränkt nur als Digitalisierungsvorteil gesehen? Jetzt müssen Sie mal vier Charts, glaube ich, zurückdenken. Ja, denken Sie mal zurück an das, was ich geschrieben habe, kurz geschrieben habe zu Algorithmen und künstlicher Intelligenz. Ja, so ist es, vom Menschen überlegt, ausgedacht und programmiert, wer war es, damit ich da nochmal Pluspunkte, ja, okay, promovierter Absolvent, ja, das gibt es bei uns auch. Also, okay, es ist vom Menschen gemacht und inwieweit das, was dann dahinter steckt, tatsächlich Vorhersagemodelle beinhaltet, wer weiß es. Ich meine, müssen wir nur mal schauen, komplexe Vorhersagemodelle, für Wahlausgänge beispielsweise oder ich will es nicht schon wieder auf den Volkswirten rumhacken, die Vorhersagen von Wirtschaftswachstum oder was auch immer, die haben in den letzten 20 Jahren, glaube ich, selten bis nicht gestimmt, ohne es genau zu wissen. Also, das ist schon kompliziert, das ist schon kompliziert. Aber, Kundenerlebnisse schaffen, da denken wir, was wir sind im Business-to-Consumer-Umfeld, ja, das Thema Customer Journey hat mittlerweile auch in der Literatur oder zumindest in Fachaufsätzen im Business-to-Business-Umfeld, an Bedeutung gewonnen, vielleicht, weil es einfach so hip klingt. Also, das heißt, der Weg, den der Kunde geht im Rahmen seiner Beschaffung, und der Business-Kunde beschafft ja nicht wie der Privatkunde, der hat mal Lust auf irgendwas, der Business-Kunde beschafft ja nur das, was er braucht, um die Nachfrage, die auf ihn zukommt, befriedigen zu können. Also, das läuft ja ein bisschen anders, wie Sie alle wissen, fast alle wissen, denke ich mal, die hier sitzen. Trotzdem müssen wir Kunden, müssen und können wir Kundenerlebnisse schaffen, die zusätzlich in der Lage sind, erstens, das Beschaffen und Einkaufen leichter zu machen und auch Mehrwerte zu schaffen. Das Thema virtuelle Präsentation von Produkten und Services, wir haben vorhin Augmented Reality als Beispiel nur gesehen, ja, das ist mit Sicherheit etwas, was wir in der Zukunft sehr viel häufiger erleben werden und was auch die Vertriebspraktiken unterstützen wird und zukunftsfähig macht. Da haben wir es ja schon, auch das Thema Gamification und Multimedia, war ich, also Multimedia okay, aber Gamification, da habe ich gesagt, was im Business-to-Business-Umfeld, aber es ist ein Ergebnis dieser Studie. Also die Dinge spielerisch dann zu erklären, wie auch immer. Also auch da, ja, kann man sagen, das wird sicherlich durch Digitalisierung, ist zum Teil heute schon möglich und das wird den Vertrieb voranbringen. Und Vertrieb ist eben mehr als nur Verkauf. Das wissen alle, die Vertrieb mit mir zusammen machen durften oder sich freiwillig ausgesucht haben, es mit mir zu machen und nicht nur, weil man vielleicht bei mir bessere Noten kriegt, was ja gar nicht stimmt. Das wissen alle, die dann dabei waren. Also, da ist rausgekommen, generieren von Must-Have-Situationen. Das kommt mir auch so ein bisschen vor wie aus dem Konsumerumfeld. Must-Have, ich muss unbedingt ein iPhone haben, es muss ein Apple sein, ich muss eine Calvin Klein Unterhose haben und keine andere und ich schieße oder sowas. Ich habe ein bisschen ein Problem, die Studie sagt dazu, oder zumindest das, was ich dazu gelesen habe, sagt dazu nichts Konkreteres aus, wie das im Business-to-Business beispielhaft aussehen könnte, aber es mag durchaus sein, dass es für manche Bereiche oder für manche Unternehmen, für manche Branchen auch gilt und wie kann man Must-Have pushen? Okay, da kennen wir aus dem Business-to-Consumer-Umfeld genügend Möglichkeiten, die über Digitalisierung so etwas vorantreiben. Also, mag sein, dass es auch hier durch die Digitalisierung mit beeinflusst wird, genauso wie das Influencer-Marketing auch ein klassisches Business-to-Consumer-Thema eigentlich. Aber selbstverständlich Beeinflussung im Business-to-Business-Umfeld, in Branchen, die haben wir immer schon gehabt, wenn wir einfach nur mal an Arbeitgeberverbände denken, wenn wir an andere Organisationen innerhalb von Branchen denken, die sich austauschen miteinander, die sich erzählen, was denn gut, was denn schlecht ist, welche Lieferantenordnung ist, was man in Zukunft tun müsste. Das gibt es in allen Bereichen, auch im Krankenhausbereich. Man berät sich und man wird beeinflusst. Das mache ich gar nicht im Sinne von manipuliert von Informationen, die von außen kommen. Und da kann natürlich auch Digitalisierung in diesem Umfeld im Business-to-Business unterstützen. Da gehört auch Marcel zu, was bildet eines rationalen Vertrieblers für allein sehr schwierig. Absolut. Absolut. Die der Vertriebler dem Kunden die der Kunde für sich so akzeptiert. Das Must-Have ist ja jetzt auf Kundenseite gesehen. Also wenn ein Kunde sagt, das muss ich unbedingt haben. Okay, nun gibt es Vertriebler, die, das ist völlig klar, ich halte das für, naja, zum Teil moralisch, ethisch fragwürdig, die einem Kunden sowas aufschwatzen, das musst du haben, weil, mit Begründung meinetwegen noch, darum geht es an dieser Stelle nicht unbedingt. Nicht unbedingt. ich würde jetzt viel zu weit ausholen, ich sage trotzdem einen Satz dazu, meine Vertriebsethik heißt immer, hieß immer und wird es auch immer heißen, dem Kunden nur das bitte verkaufen, was ihm tatsächlich nutzt. Und wenn es ihm nutzt, dann muss er es auch haben. Aber nicht was vorgaukeln, was dann nicht so ist. Das verstehe ich unter Must-Have. Und selbstverständlich ist beim Verkaufen sehr viel Emotionalität und vielleicht eben auch nicht nur Rationalität dabei, genauso wie beim Beschaffen, darüber werden wir auch noch kurz reden. Soviel zu den Ergebnissen, zusammengefassten Ergebnissen dieser Studie und zu der Einschätzung, was denn Digitalisierung in der Zukunft, heute schon, aber auch in der Zukunft hier tatsächlich unterstützen kann. Und jetzt gucken wir mal so ein bisschen auf ein paar Systematisierungen aus meinen Vertriebsveranstaltungen und vergleichen auch das auf dieselbe Art und Weise mal mit den Digitalisierungsmöglichkeiten. Ich weiß, dass das auf einer sehr oberflächlichen Ebene nur passieren kann. Ansonsten müssen wir uns nächste, übernächste und übernächste Woche nochmal wiedersehen und das vertiefen miteinander. Das Erreichen von Umsatz, Marktanteils und Ergebniszielen. Ein Punkt im ordnenden Rahmen für die Entfaltung, auch die individuelle Entfaltung von Vertriebsmitarbeitern. Die müssen Umsatz, Marktanteils, Ergebniszielen oder andere erreichen. Was kann da erstens und zweitens was kann da Digitalisierung möglicherweise helfen? Einiges haben wir schon gesagt. Es war noch nie so schwer irgendwie Studierende oder Anwesende mitzunehmen. Bin ich unverständlich? Rede ich Quatsch? Ich werde auch niemanden zwingen. Normalerweise gehe ich dann und wie sieht es aus, Herr Frost? Was meinen Sie dazu? Wir haben ja erst kürzlich drüber gesprochen. Nein, okay. Also, was können wir sagen? Was würden Sie für einen Haken dran machen? So einen Haken oder einen in Klammern oder mit Fragezeichen? Kann das, was man heute unter Digitalisierung von Digitalisierung weiß und was man sich vielleicht auch in die Zukunft vorstellen kann, kann das das Erreichen dieser Ziele unterstützen? Ja, sicher kannst du es unterstützen, aber eingeschränkt. Weil das alleine wird es nicht sein. Das alleine wird es nicht sein. Zumindest mein Credo, da werden wir da am Ende ja noch drauf kommen. Wertsteigerung beim Kunden bewirken, ja, und Value Marketing, also das heißt eben Werte verkaufen, was we don't sell, products, we sell benefits oder we don't sell features, we sell benefits. Das können wir machen, ja, da kann Digitalisierung in den vielfältigsten Möglichkeiten, wir denken jetzt einfach nur mal an die Devices, wir denken an die Vernetzung, Information, wir denken an Plattformen, ja, da wird sie unterstützen können, den Vertrieb, die Vertriebsaktivitäten, aber sie wird nicht vollständig, alleine die Wertsteigerung beim Kunden und das Value Marketing betreiben können. Wettbewerbsbeobachtung, Marktforschung beim Kunden, da habe ich so einen Haken hingemacht, ja, ja, wobei, Sie haben gerade auch so genickt, wobei, wie kann man den Satz sinnvoll ergänzen, werden wir Marktforschung und Kunden, Marktforschung auch beim Kunden, das heißt auch Kundenforschung, vollständig digitalisiert durchführen können, auch in 14 Jahren? Ja, da, nicht wirklich, also da müssen wir auch ein bisschen hinter die Stirn gucken, wir werden da später noch drauf kommen und das wird, das wird wahrscheinlich, wenn überhaupt, dann nur eingeschränkt durch Digitalisierung, künstliche Intelligenz beispielsweise, Marktforschung, wir können natürlich, wir können natürlich schauen, was hat wer, wann, wo gemacht, geguckt, wenn die Daten dann verfügbar sind und dann gehen wir einfach mal zu Herrn Zuckerberg und sagen, gib mir mal die 80 Millionen Informationen raus und dann kann ich da ein bisschen mehr draus ersehen. Stärkung eines positiven Anbieter-Images ist auch eine Aufgabe oder gehört in den ordnenden Rahmen und Corporate Identity nach außen bringen, ja, auch da werden wir mit der Unterstützung uns einiges an Mühen als Vertriebler, sage ich jetzt mal, ersparen können, nichtsdestotrotz, der Vertriebler, solange er denn draußen ist, ist das Gesicht des Unternehmens. Die tolle Webseite ist prima mit all den Features, die da drin sind, aber der Vertriebler eben auch. Es sei denn, wir brauchen ihn nicht mehr, dann ist das ein Gesicht ja auch nicht mehr wichtig. Und schließlich, die Wirkungskette der Kundenorientierung und Sicherstellung musste ja kommen, die Studierenden wissen, was gemeint ist. Ja, die wird auch teilweise unterstützt werden können und das schauen wir uns mal ein bisschen genauer an. Was ist das? Okay, Kundennähe. Jetzt wird aber irgendjemand mir sagen können, welche Faktoren denn Kundennähe ausmachen. Okay, ich sage mal, ja, Herr Frust. Die räumliche Distanz, okay, fine. Physische und psychische Distanz, sehr gut. Ja, sehr gut. Genau, die Distanz im Raum Markt, das ist ja ein bisschen schwierig, das heißt, wie gut passt unser Angebot zu der Nachfrage, das ist damit gemeint. Und fehlt noch was? Das ist okay, alles prima, der hat auch ein hervorragendes Examen gemacht, war ganz gut, glaube ich, oder? Eins fehlt noch. Die menschliche und die fachliche Übereinstimmung. Das sind fünf Faktoren, die die Nähe zum Kunden ausmachen oder die sie begründen. Das kann man sagen, ja, also die räumliche Distanz, die können wir heute leicht mit digitalen Medien zumindest prinzipiell überbrücken. Ja, das geht. Die physische Distanz auch, also räumlich ist ja physische Distanz. Raummarkt, ja, unser Angebot muss schon passen, aber auch das können wir natürlich hinkriegen, indem wir analysieren können, was sind den Tendenzen, Bedarfstendenzen, können wir uns schneller darauf anpassen. Alles geht auch. Okay, wie sieht es mit der psychischen Distanz aus? Da wird es ein bisschen schwierig. Psychologie ist bitteschön nicht unbedingt digitalisierbar, glaube ich jedenfalls. Sind Psychologen hier? Okay, schade. Und mit der menschlichen und mit der fachlichen Übereinstimmung, naja, fachliche Übereinstimmung, das kann man auch noch über digitale Medien im allerweitesten Sinne herstellen, herzustellen versuchen. Menschliche Übereinstimmung, da wird es schwierig. Deswegen habe ich hier so ein Häkchen hingemacht. Wenn wir Kundennähe hergestellt haben, dann können wir auch hoffentlich verkaufen und dann ist die Frage, der wichtige nächste Schritt, der gegangen werden muss, Kundenzufriedenheit herzustellen. Ja, auch da hilft uns, Digitalisierung herauszukriegen, schneller herauszukriegen, differenzierter herauszubekommen, warum Kunden unzufrieden sind und was wir tun können, um Zufriedenheit herzustellen. Also insofern auch hier eingeschränkte Unterstützung, Kundenbegeisterung als nicht notwendiges Kettenglied, wie wir alle wissen oder nicht alle, aber einige von uns wissen. Auch hier kann man so ein geklammertes Häkchen hinmachen. Da können wir sicherlich über Analyseinstrumente, aber auch über das Festhalten, Speichern von Informationen in einem CRM-System beispielsweise, Erfahrungen sammeln, was denn vielleicht einen Kunden begeistern könnte mal von Zeit zu Zeit. Also auch so ein Häkchen. Das Thema Kundenbindung, Loyalität, sind ja zwei verschiedene Dinge, wie Sie auch wissen. Auch hier, da habe ich eine Doppelklammerung gemacht. Aus Zufriedenheit folgt ja nicht zwingend Kundenbindung. Das ist eine Notwendigkeit, aber es folgt nicht zwingend raus. Das heißt, wir müssen was tun, um Kundenbindung zu aktivieren. Ja, auch da wird es Unterstützung durch digitale Medien geben, die letzten Endes da mit Kundennähe zusammenhängen, das heißt also Kontakt kriegen, ohne unbedingt jedes Mal persönlich da die Nase zu zeigen. Ja, aber Loyalität ist eine Einstellung, die beim Kunden entsteht. Ist ein Commitment des Kunden, bei uns, mit uns weiter geschäftet zu machen, die Beziehung aufrecht zu erhalten. Und so ein Commitment, elektronisch, im weitesten Sinne, sorry, digital, zu unterstützen, hervorzurufen, halte ich persönlich für ausgesprochen. Schwierig, deswegen habe ich da mal zwei Klammern drunter gemacht. Und in der Folge dann Unternehmensertrag, ja, wird auch unterstützt werden durch den Einsatz digitaler Aktivitäten im allerweitesten Sinn, aber eben auch nicht vollkommen. Schauen wir mal auf, wann ist, ist schon Schluss? Zumindest hast du schon die Hälfte der Folie nicht. Ja, wann ist Schluss? Nee, ist doch noch nicht Schluss, ne? Ich hätt's ja auch ziemlich durch, oder? Ich bin ziemlich schnell. Frau Wille, ich bin, wenn ich mal so schnell gewesen wäre in den Vorlesungen, ne? Ja, okay. Auch die Folie ist bekannt. Was sind die Rahmenbedingungen für den Vertriebserfolg und auch hier wieder im Zusammenhang mit Digitalisierung versuchen, übergeordnete Marketing- und Vertriebsstrategie. Was kann sowas denn sein? Das ist ja erstmal nur ein Schlagwort, ne? Was kann denn so eine übergeordnete Marketing- oder Vertriebs- oder Vermarktungsstrategie sein? Irgendeine andere Idee? Ah ja, zum Beispiel Neukundenakquise vorantreiben. Ja, könnte eine sein. Was könnte noch eine sein? Schlüsselkundenbetreuung. Könnte ein Teil einer Vertriebsunternehmens und damit Vertriebsstrategie sein. Oder Kundenabbau könnte auch sowas sein, ne? Hier Longtail, Christian, den gibt es auch hier, ne? Gibt Kunden, die einfach nicht viel Geschäft machen, aber uns viel Arbeit machen. Könnte ja sein, dass man das mal analysiert und dass man dann sagt, wie kriegt man die denn raus, ohne dass die sauer sind und ein Shitstorm losbricht, ne? Also sowas könnte sein. Einschaltung von Händlern beispielsweise, Betreuung von Händlern, Aussuche, Qualifizierung von Händlern, als das könnten nur ausschnittsweise oder Produktneuanführung oder das Thema, weil du da sitzt, Pricing, ne? Das heißt also, wie machen wir optimale und das auch im eigenen Unternehmen auch anderen verfügbar machen, damit sie sich anpassen. Ich habe immer das Beispiel gesagt, wenn Sie als Anbieter von Baustahlgewebe auf dem Bau fahren oder auch als Architekt und mit dem Vorarbeiter sprechen, da werden Sie nicht im dunkelblauen Anzug kommen. Da haben Sie Gummistiefel an und möglicherweise eine Lodenjacke oder sowas. Also angepasst. Wenn Sie zur Bank gehen, wenn Sie zum Banker gehen, dann werden Sie eben entsprechend geputzte Schuhe haben, den dunkelblauen, heute noch, mag in 20 Jahren ja anders sein, aber angepasst an die Gepflogenheiten, die es dort gibt. Auch vertriebliche Gepflogenheiten, aber auch die Gepflogenheiten im Umgang miteinander. Die räumliche Verteilung spielt eine wesentliche Rolle für einen Vertriebserfolg, das heißt Standorte. Trotz der Möglichkeiten heute von Kommunikation auch auf anderen Wegen. An der räumlichen Verteilung, da kann Digitalisierung nichts ändern. Also die wird Sie nicht beeinflussen können. Die ist da oder nicht da. Sie kann uns vielleicht was dazu sagen oder helfen herauszufinden, wo wir vielleicht andere, neue, bessere Standorte haben, aber so leicht ist das nicht. Ja, die Verkaufssituation ist auch so ein Thema. Verkaufssituation, das ist ein Unterschied, ob ich als Flächenverkäufer im Tourenverkauf unterwegs bin und meine 15 Kunden am Tag abklappere. Wer den Winkelmann mal genauer gelesen hat, da gibt es irgendwo, da ging es um Arbeitszeiten. Firma Pöschel, die ja jeder kennt, ein bayerischer Schnupftabakhersteller, der Vertreter von Pöschel, der fährt seine 30 Tabaksläden da an, also Bate zumindest kennt Pöschel, ja, so ist es, und macht das standardisiert, sagt, was braucht er denn noch, schaut mal in die Regale, bringt vielleicht den neuesten Witz mit oder was auch immer, und dann ist er wieder draußen. Da kann man mit Sicherheit Standardisierungen, Standardisierungen ihm an die Hand geben. Möglicherweise sogar diese Vertriebsmöglichkeit, wenn der Kunde mitgeht, auch auf digitalem Wege machen. Aber wenn wir im Projektverkauf unterwegs sind, wenn wir mit Key Accounts unterwegs sind, da ist die Standardisierbarkeit doch stark eingeschränkt. Ich meine, das heißt also hier vielleicht nur eher eingeklammert. Das Thema Gebietsoptimierung, Rahmentourplanung und solche Dinge gibt es heute schon. Gibt es tolle Systeme. Da kann man wirklich einen Haken hin machen. Das gibt es schon. Das wird in Zukunft wahrscheinlich noch besser werden. Für diejenigen, die noch reisen. Wir haben die Frage noch nicht beantwortet, da wird es überhaupt noch Vertriebler brauchen in 2032. Wenn es die dann nicht mehr braucht, brauchen wir auch keine solche digitalen Unterstützung. Generelle Erfolgsfaktoren für den Vertrieb, für den Verkauf. Was sind denn so generelle Erfolgsfaktoren? Müsst ihr alle noch? Naja, persönlicher Verkauf, das war ja im letzten Semester. Also im vorletzten Wintersemester, schon lange her. Irgendeiner noch eine Idee? Drüben sitzen ja auch noch ein paar. Aber das ist schon ganz lange her. Ich glaube, da habe ich die Chats auch noch nicht gehabt. Naja, sowas wie Vorbereitung, wie Unterlagen, Informationen. Da können wir sagen, oh ja, da kann viel geholfen werden. Das heißt eben auch vorbereitet sein, was war in der Historie los? Klassisches Thema von guten CRM-Systemen. Nicht alles, wo CRM draufsteht, ist CRM drin. Also das kann man sich vorstellen. Timing. Wann gehe ich da hin? Naja, da kann ich vielleicht, mir mal einen Zettel aufgeschrieben haben, bitte nie mittwochs um 14 Uhr, weil da ist er Golf spielen, mein Geschäftspartner. Ja, das kann ich digital festhalten. Das ist aber jetzt nicht so ein wahnsinniger, wahnsinniger Faktor, der dahinter steht. Also, das heißt, bei den generellen Erfolgsfaktoren können wir auch sagen, ja, eingeschränkte Unterstützung durchaus möglich. Situative Faktoren, da wird es ja dann noch ein bisschen kritischer. Also Faktoren, die im Gespräch, im Verkaufsgespräch eine Rolle spielen. Was ist denn so der allerwichtigste Faktor, der eine Rolle spielen sollte? Wenn Sie mit jemandem sprechen, mit dem Sie eine Beziehung haben oder aufbauen wollen, dem Sie letztlich auch was verkaufen wollen, wenn es ihm nützt. Immer wichtig, nicht um jeden Preis. Das ist das Wichtigste, was Sie einschätzen können, müssen. Ja, den Typ selber oder die Typin, Entschuldigung, den Menschen. Also, das heißt, die Charakterisierung dessen und wie muss ich mit dem umgehen, inwieweit das zum Beispiel über digitale Möglichkeiten weitreichend gestützt und unterstützt werden kann, da habe ich meine Zweifel. Wir haben über Gesprächsphasen gesprochen, die man im Hinterkopf haben sollte, die man durchlaufen sollte für einen erfolgreichen Abschluss dann letzten Endes, nicht in dem einen Gespräch, sondern vielleicht am Ende von fünf Gesprächen. Wir haben über Abschlusstechniken gesprochen, wir haben über Fragetechniken gesprochen, wir haben über Einwandtechniken gesprochen, alles Vorgehensweisen, die im Austausch mit einem Kunden oder potenziellen Kunden, potenziellen Auftraggeber eine Rolle spielen. Ich sage mal, nach meiner Auffassung spielen sie tatsächlich eine Rolle. Sonst hätte ich es ja auch nicht erzählt. Und ich glaube auch nicht, dass es in Zukunft anders sein wird. Die Frage ist, ob das, was ich gerade mal kurz angerissen habe, digitalisierbar sein wird. Ich entsinne mich nicht mehr, wie der Avatar hieß, den die Telekom 2001, 2002 hatte. Robert T. Online, jetzt fällt es mir gerade ein, Robert T. Online, das werden die Jungen unter Ihnen alle nicht mehr wissen. Das war so ein Avatar, so ein Männchen und den haben die damals eingeführt und haben versucht, ein Kundengespräch über einen Computer seinerzeit schon, ein Kundengespräch mit diesem Avatar zu simulieren. Das haben sie auch schnell wieder eingestampft. Ich selber habe nicht mitgekriegt in den letzten 10, 15 Jahren, dass so eine Avatar-Thematik tatsächlich funktioniert hätte, auch im Business-to-Consumer-Umfeld nicht, wenn, dann sowas wie Rückruf oder so. Oder vielleicht noch Chat, um sich auszutauschen. Ja, das kann ich mir vorstellen, sehr gut vorstellen im Business-to-Business-Bereich. Wenn eine Beziehung besteht, wenn die Partner untereinander sich gut kennen, das Thema Vertrauen werde ich gleich noch anschneiden, wenn sie einander vertrauen, dann ist es vielleicht schneller zu machen als ein Telefonat. Weil man es auch, wenn man es so will, nebenher machen kann. Alles in Ordnung. Skype spielt auch eine Rolle oder was Ähnliches, weil wir dann Gesichter sehen, den Gegenüber, mit dem wir sprechen, nicht nur hören, sondern auch sehen. Ja, das sind Möglichkeiten, diese Thematik positiv mit zu beeinflussen. Psychologische Technik, na okay, Fragetechnik und Absatztechnik gehören dazu. Das Thema Artefakte haben wir auch angesprochen, wenn wir in Gesprächssituationen sind. Wie ist die Stimmung da? Wie ist das Licht? Wohin darf ich mich setzen? Kalter Raum. Da wird viel erzählt immer wieder. Bartow wird es wahrscheinlich auch noch wissen, wenn der Verkäufer von, was weiß ich, Balzen oder von Henkel oder sowas beim Jahresgespräch, bei der Metro oder bei Edeka oder sonst wo ist, dann werden die auf den Flur gesetzt, schön kalt. Der Raum ist auch alles andere als freundlich. Das sind alles Zeichen, die man mitnehmen kann, mitnehmen muss, wenn man Verkäufer ist, um die Situation einzuschätzen und mit ihr umgehen zu können. Ich glaube nicht, dass das digitalisierbar ist. Es sei denn, wir vermuten, Verkäufe finden in Zukunft ausschließlich auf der Basis digitaler Medien statt und möglicherweise auch noch automatisiert. Ja, das wird es geben. Ich sage das ganz deutlich. Für einfache, simple C-Produkte, Commodities, auch im Business to Business, wenn denn einmal eine Geschäftsbeziehung entstanden ist, auf die es sich gegenseitig verlassen wird, dann wird sowas auch automatisiert gehen. Aber wenn ich mal einen Sonderwunsch habe, wenn ich mal doch was anderes brauche oder irgendwas schiefgegangen ist, dann wird es wieder auf persönliche Ebene, wie auch immer, zurückgehen. Meine feste Überzeugung. Also auch hier, ja, situative Faktoren, da wird es ausgesprochen schwierig sein, sicherlich nicht völlig ausgeschlossen. Und das Thema Ergebnisse von Kundenqualifizierungen ist eben auch wichtig, auch der Gegenüber, der Kunde, aber auch insgesamt. Ich denke, da haben wir auch sicherlich über die Digitalisierung deutlich bessere Möglichkeiten als heute, wo wir das vielleicht noch irgendwo in einem Computer haben, auf dem wir aber nicht zugreifen können, wenn wir beim Kunden sind. Das wird sich verbessern, aber eben auch nicht ausschließlich automatisiert gehen. Wäre auch schlimm, oder für mich auch nicht unbedingt denkbar, Kundenqualifizierung heißt, den Kunden in all seinen Aspekten, in all seinen Facetten zu kennen und zu verstehen. Um daraus Rückschlüsse zu bilden, ist es sinnvoll, für den mit dem ganz viel Zeit zu verbringen oder nur halb so viel Zeit oder nur ein bisschen Zeit. Auf welche Art und Weise gehen wir mit dem rum? Ja, da kann man jetzt sagen, künstliche Intelligenz kriegt das irgendwann raus und sagt uns genau, was wir machen sollen, was wir lassen dürfen. Ich habe meine Bedenken. Und ist klar, ich kann nicht in 14 Jahren vorausschauen, sondern ich habe Einschätzung, das ist eine persönliche Einschätzung. Das will ich einfach nochmal unterstreichen. Ob Sie denen folgen können oder wollen, das liegt logischerweise völlig bei Ihnen. Das ist ein ganz wichtiges, auch hier, das ist ein ganz wichtiges Thema, das Chart ist ziemlich voll. Ich werde es auch nicht im Einzelnen durchgehen. Wenn wir einen Kunden profilen wollen, auch so ein schönes Modewort, also wenn wir ihn genau verstehen wollen, wenn wir ihn genau kennen wollen, dann müssen wir was wissen über die Kundenwirklichkeit. Wie denkt der, wie handelt der? Also ihm hinter die Stirn gucken können. Das gelingt nicht in jedem Fall und das gelingt auch nicht vollkommen. Wir müssen die wahren Kundenziele kennen. Warum arbeitet der mit uns zusammen? Warum kauft der bei uns? Was für Gründe hat er wirklich? Nicht nur die, die er uns nennt. Vielleicht sind das sogar alle, die er uns nennt, aber nicht in jedem Fall. Wir müssen die Kundenwirkung im Markt, also das heißt, welche Wirkung hat der Kunde im Markt, sprich in seinem Markt, bei seinen Mitbewerbern und wie würde er gerne wahrgenommen werden? Na, ich glaube da wird man sagen können, ja, da kann uns KI oder eben auch einfach nur digitale Möglichkeiten, kann uns helfen. Kundenumfeld, Wettbewerb, Positionierung, okay. Und das sind die Fragen, ich gehe sie mit Ihnen nicht einzeln durch, Sie können ja mal drauf schauen, während ich was erzähle, die man sich da in diesem Rahmen, in diesem Zusammenhang stellen und beantworten muss. Und wenn Sie da mal so drüber fliegen, hier sowas, wie zeigt er seine Gefühle, welche Gefühle zeigt der Kunde, welche nicht. Was ist wirklich das brennendste Problem des Kunden? Na, manchmal erzählt er es mir, aber nicht jedes Mal oder nicht immer. Na, da erzählt er mir irgendwas anderes. Ich habe dann immer diese Geschichte erzählt von einem Mitarbeiter bei einem Kunden, Dr. So-und-so, der ganz wichtig getan hat. Du kennst die Geschichte, DT Immo in Kiel und der zig Gespräche, ganz wichtige Gespräche mit Projektleitern geführt hat von uns, also wir waren mal gemeinsam in der Unternehmensberatung, bis ich dann herausgestellt, und der hat gewirbelt, der hat nächtelang Charts gemalt, etc., bis ich dann herausgestellt hat, dass das ein abgestellter Mitarbeiter war, den man aber bei der Telekom eben Beamter war, den man nicht loswerden konnte. Den haben sie in den Keller verfrachtet. Also wenn man das schon, wenn man das gesehen hätte, frühzeitig sich das klar gemacht hätte, hätte man vielleicht schon mal gesagt, warum sitzt ein Dr. Sohn so viel, der so wichtig tut im Keller? Also das heißt, solche Dinge, kann ich die digital rauskriegen? Da muss ich dann selber hin. Da muss ich mir selber ein Bild machen. Ist das ein Wichtigtuer? Ein Blasen, Seifenblasensprecher oder was ist es? Was für ein Warnungstyp ist das? Und alles andere, was dazugehört, um das, was hier außenrum steht in dem Kasten, profilen zu können. Deswegen kann man sagen, sage ich, Kundenwirklichkeit und Denken über Digitalisierung, frage ich mich, wie das gehen soll. Die wahren Kundenziele rauszukriegen, die hinter dem stecken, was er uns erzählt oder was wir auch über ihn rauskriegen können, kann sein, muss aber nicht sein. Ja, da kann man was rauskriegen. Da können wir sicherlich Informationen sammeln, aus eigener Erfahrung mit dem Kunden, aber eben auch aus anderen Informationsquellen. Das da unten, da kann man einen Haken dran machen, das haben wir vorhin schon mal gemacht, an anderer Stelle. Ja, und die Handlungsmotive des Kunden, warum er wirklich bei uns kauft, weiß ich nicht, ob ich das mit digitalen Hilfsmitteln rauskriegen kann. Also, ich weiß es nicht. Hat jemand eine Vorstellung, ob es gehen könnte und wenn ja, wie? Vielen Dank, das ist doch schön. Digital, ja, was sind deine wahren Ziele? Vielleicht antwortet er dann sogar ehrlicher, als wenn ich ihm gegenüber sitze. Sagt der Psychologe, ist ja doch Psychologen da. Ich habe von der Freundin gefragt, was sitzen denn doch hier vorne? Eins, drei, vier, fünf. Ja, also, wäre spannend, sich über sowas dann auch mal vor dem Hintergrund Psychologie, Verhaltenspsychologie oder sowas zu unterhalten. Also, ich habe da meine Fragezeichen in der realen Umsetzung. Kundenvorteile schaffen, das ist ja das, was den Verkaufserfolg, den Vertriebserfolg ausmacht, etwas zu verkaufen, was dem Kunden keinen wirklichen Vorteil gegenüber einer Alternative verschafft, ist heutzutage kaum mehr möglich. Es gibt kaum Märkte, wo nicht ein, zwei, drei, vier, fünf, viele Anbieter auch mitspielen. Also, das heißt, wir müssen ihm Vorteile schaffen. Und wie geht das? Ja, so. Wir müssen Identifikation und Vertrauen schaffen. Ja, das habe ich in der Vorlesung einzeln gemacht und dann dauert das auch eine halbe Stunde. Das ist ja klar, logisch. Aber ich wollte auch mal ein bisschen Film, ein bisschen Film machen. Also, Beziehung, all das wirkt auf die Identifikation und das Vertrauen ein, das wir aufbauen müssen beim Kunden, um überhaupt die Chance zu haben, ihm Vorteile, die man bei ihm schöpfen könnte, mit unseren Leistungen, mit unseren Angeboten zu identifizieren und sie dann auch zu platzieren. Thema Beziehung. Ja, ich weiß nicht, also, was sagen Sie denn da in der Reihe der jungen Menschen, also wirklich viel, viel jüngeren Menschen, als ich es bin, wie pflegen Sie denn heute Beziehungen? Natürlich, klar, über WhatsApp ist mir schon klar. Aber das alleine ist es doch nicht. Das ist ein Hilfsmittel, ja, klar. Aber es ging, ich sage immer, wir haben uns, also, wir haben uns nicht nur kennengelernt, wir haben auch Kinder gekriegt und damit gab es nur Telefonzellen. Diese großen gelben Kisten, ja, wo man auch nur abends nach 22 Uhr hinging, weil es da billiger war. Na, das war auch in Göttingen noch so. Frag meine Frau, das war auch in Göttingen noch so. Bist du viel zu jung? Bist du viel zu jung, um das zu wissen, ja. Also, ich habe hier mal, damit wir es nicht einzeln machen, ich habe es hier mal voll gemacht, Beziehung, digital, unterstützt, pflegen, aufbauen, ausbauen, große, große Fragezeichen. Emotion, genauso große Fragezeichen. Ja, bei der Erklärung unterstützen, bei der Individualisierung unterstützen, Entlastung und Sicherheit für den Kunden schaffen, ja, auch da können digitale Anwendungen im allerweitesten Sinne unterstützen wirken. Die Qualität, also sprich die Eigenschaften dessen, was ich da verkaufe, zu deutlich zu machen, um Vertrauen und Identifikation zu schaffen, auch da hilft es. beim Innovationsfinden und beim Innovationserfinden und dann auch erstellen, ja. Bei der Wirtschaftlichkeit, ja. Bei der Koordination auf jeden Fall. 14 Jahre weiter gedacht, also ich hoffe es mal. und bei der Geschwindigkeit auch. Aber diese zwei Fragezeichen da, Emotion und Beziehung, die gucken wir uns mal genauer an. Und jetzt gehen wir alle Psychologen bitte raus, weil jetzt wird es dann ganz oberflächlich für Sie. Vertrauen ist der Schlüsselfaktor in jeder Beziehung, aber damit natürlich eben auch in Geschäftsbeziehungen. Business to Business. Immer bitte im Hinterkopf haben. Zwei Unternehmen und die Menschen, die da drin sind, arbeiten zusammen und das bitteschön nicht mal sporadisch, heute ja, morgen nein, sondern mit der Absicht, das längerfristig zu tun. Aus ganz rationalen Wirtschaftlichkeitsgründen, wenn ich das jetzt noch erläutern wollte, die Studierenden wissen das, wie es geht, wie die Zusammenhänge sind, würden wir heute nicht fertig werden. Also, das ist der Schlüssel, nach meiner Einschätzung. Wie können wir sie definieren? Was ist Vertrauen so im All? Ich mache es mal anders. Was ist Vertrauen? Was ist Vertrauen für Sie? Komm, ein paar Inputs, bitte. Das sieht so aus, in der Abschlussvorlesung, dass mir keiner irgendwas erzählt, weil, naja, gibt es viele Gründe, gäbe es viele Gründe. Ja, ich habe es, oder, ist mich zu weit? Okay, danke. Bitte? Verlässlichkeit. Okay. Ja, ich muss die Frage vielleicht noch ein bisschen spezifischer stellen. Nein, nein, doch, 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 doch. Nein, also, wenn ich nur das Wort in den Ring werfe, da kannst du ja viel drunter verstehen. Stelle ich die Frage, also, Vertrauen ist Verlässlichkeit. Verlässlichkeit beim Gegenüber unterstellen oder kennen oder so. Wenn Sie so meinen, bin ich... Ja, okay, okay. Vielen Dank, Herr Zamit. Ich würde jetzt aus der Schad davor an dem Punkt widersprechen, dass die Beziehung auch die Digitalisierung unterstützen kann. Weil Verlässlichkeit ist eigentlich der Punkt, der... Herz da mit, ja. Weil durch die immer wieder Bestätigung, dass mein Gegenüber, mein Kontakt, genau das einnäht und man für mich da ist, will ich eine Beziehung haben. Sehr schön, werden wir auf der dann darauf folgenden Folie auch gleich sehen, sehr richtig. Die Frage, ob das über Digitalisierung, ich sage es mal, sehr... Thema Geschwindigkeit, das kann, was Verlässlichkeit angeht, kann das ein Punkt sein, völlig klar. Ja, ja, völlig klar, völlig klar, völlig klar, ja. Ja, ja, völlig klar, völlig klar. Und der Text ist auch sofort zurück, logisch. Ich kann mich auch nicht verlassen. Das Thema Emotionen, also, in Spanien, wie Ihnen, auch bei mir, wird es vielleicht nicht gefallen, aber Emotions werden immer wichtiger, die Emotionen digitalen und so weiter zu nutzen. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ich finde die Digitalisierung, in dem Sinne der Fall ganz einfach auch, Emojis. Finde ich einen tollen Hinweis. Ich habe letzt, ich weiß nicht mehr wo und wie, was gelesen, dass die Kommunikation, also vor allem die digitale, hauptsächlich auf Floskeln und auf Emojis beruht. Das könnte man mal Psychologen befragen oder vielleicht das auch mal unter den verhaltenswissenschaftlichen Aspekten untersuchen, inwieweit damit nicht tatsächlich die Intensität, die Individualität in der Beziehung geschwächt wird. Ich weiß es nicht, aber ich kann es mir vorstellen. Vielleicht, ich bin old school, ne? Okay, okay. Schöne Inputs. Ich gucke auf die Uhr, ne? Nicht irgendeine, aber sonst könnte man das auch tatsächlich ganz intensiv weiter diskutieren. Also ich habe mal so ein paar Definitionsansätze mitgebracht. Der Herr Petermann ist im Hause auch bekannt. Im alltäglichen Sprachgebrauchsvertrauen Ausdruck für die Qualität, also die Eigenschaften von persönlichen Beziehungen. Und wie eine Eigenschaft eingeschätzt wird, eine von vielen Eigenschaften einer persönlichen Beziehung, hängt ab von der Beurteilung, das jeweils Beurteilenden. Denn ich kann nicht sagen, die Beziehung ist eine gute, ist eine vertrauensvolle zwischen zwei Individuen oder zwei Objekten, sage ich so mal, und zwar generell. Nein, weil diese beteiligten Individuen das unterschiedlich beurteilen können. Also insofern eine ganz subjektive Angelegenheit. Und das Prägen für das Verhalten natürlich, okay, glaube ich, klar. Vertrauen birgt immer das Risiko, die Ungewissheit für eine mögliche Enttäuschung. Ich vertraue und verlasse mich drauf, Verlässlichkeit, und dann geht es doch irgendwie schief. Also das Risiko ist immer geborgen. Ich habe dazu geschrieben, das Vorhandensein von Vertrauen, je stärker es ist, wirkt wie eine Risikominderung in der Wahrnehmung. Ich glaube, kann man dem folgen? Oder bin ich da ganz falsch? Nein, ich muss jetzt mal die Spezialisten fragen. Kann man so sagen, ja? Okay. Vorhersagbarkeit, ist ja auch schon mir jetzt gefallen, Zuverlässigkeit und Zuversicht helfen Vertrauen mitzuentwickeln. Und als letztes, Vertrauen wird auch unterschieden in der Literatur als Persönlichkeits-, Beziehungs- und Situationsvariable. Also alles drei gemeinsam in unterschiedlicher, starker Ausprägung und Wirkung auf das, was dann als Vertrauen entsteht. Ich habe mich mit dem Kollegen Vollmer heute Morgen unterhalten können, mir war gar nicht klar, dass der in dem Thema sehr intensiv unterwegs ist. Der hat 2007 ein, ich glaube, 800-seitiges Werk verfasst, wusste ich auch nicht, Vertrauen und Konstruktion von Wirklichkeiten. und ja. Hast du ihn überhaupt kennengelernt? Bitte? Hast du ihn überhaupt kennengelernt? Ah, ich kenne ihn, ich kenne ihn, der ist ja schon länger bei uns. Aber noch, aber ich wusste, der ist Banker gewesen eigentlich, habe ich da nicht, aber okay, gut. Spielt auch keine Rolle. Und fasse hier nur so ein paar Kerngedanken kurz zusammen. Ein Vertrauenskonstrukt, wie entsteht das? Und jetzt kommen wir auf das zurück, was gerade schon gesagt worden ist, richtig gesagt worden ist. Es gibt eine Vertrauenserwartung, also eine Erwartung, was tritt ein, wenn ich vertraue? Und dann gibt es von der gegenüberliegenden Seite, also von dem Vertrauensadressaten, eine Vertrauenshandlung, oder es gibt Vertrauenshandlungen, also Handlungen, die dem, worauf man vertraut, entsprechen oder auch nicht entsprechen, deswegen wird es kontrolliert. Kontrolle ist ein sehr hartes Wort. Das passiert auch nicht wie bei einem Finanzcontroller, aber man vergleicht schlicht und ergreifend die Erwartungen, die wir haben an den Vertrauensadressaten und das, was wir dann tatsächlich von ihm zurückkriegen. An was erinnert uns das, meine Damen und Herren, so in den oberen Reihen? Wenn ihr zugehört habt. An was erinnert uns das? Also hat mich sofort erinnert. Ja, ans Zufriedenheitsmodell, ne? Erwartungen, Erfahrungen und Vergleichen, passt zusammen oder passt nicht zusammen. So, und jetzt ist es dann spannend zu sehen, was sind denn bitte, zumindest in diesem Modell, und ich finde das für sehr schlüssig, was sind denn die Elemente dieser Vertrauenserwartung? Woraus besteht die Erwartung? Und drei Elemente nennt der Kollege Vollmer da. Das erste Element ist Kompetenz. Das heißt, die Erwartung hinsichtlich des Könnens des jeweiligen Vertrauensadressaten. Also, die Erwartung, was kann denn das Unternehmen, bei dem ich als Kunde möglicherweise kaufe, was kann der Vertriebsmitarbeiter, was kann sein Vertriebsteam, was können die Ingenieure dort, etc.? Klar, ich glaube, das können die dann nachvollziehen. Oder ist es nicht klar? Ich sage es nur einfach klar, Okay. Das zweite Element, ich wollte eigentlich Säule schreiben, aber dann hätte ich das Bild so nicht machen können, ist das Wollen. Das heißt, die Erwartung bezüglich der Motivation des Vertrauensadressaten, also wir müssen jetzt immer aufs Kundenseite denken, bezüglich des Wollens, also sprich, der Motivation meines Anbieters, meines Vertrieblers, für mich was zu tun. Seine Leistungsbereitschaft oder auch die Leistungsbereitschaft des Unternehmens und auch die Ernsthaftigkeit, mit der er das, was er mit uns da tun will, auch das gesamte Thema Geschäftsbeziehung betreibt. Und zum Schluss, das sollen, so beschreibt es der Kollege Vollmer, also sprich, und jetzt kommen wir zu den weichen Faktoren, die Sie auch gerade mitgenannt haben, also für mich weiche Faktoren oder die genannt worden sind, ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Also, die Erwartung an die Gesinnung meines Adressaten, wie denkt der? Ich rede jetzt nicht unbedingt von politischer Gesinnung oder sowas, aber auch das könnte eine Rolle spielen. Gesinnung an die Moral, an die Ethik, an seine Integrität, Chemie, das Thema spielt auch eine Rolle, können wir uns leiden oder nicht, auf den ersten Blick. Oder lernen wir uns leiden zu können, das kann auch passieren. Und aber auch das Säulen an die Kontinuität. Und das ist ein ganz schön heftiges Erwartungspaket. Und diese drei Säulen bestimmen die Vertrauenserwartung. Was erwarte ich? Und das vergleiche ich dann mit dem, was mir widerfährt von meinem Lieferanten, aus Kundensicht jetzt. Und wenn das im Gleichgewicht ist, dann schöpfe ich Vertrauen und je länger das dann auch so stabil bleibt, umso intensiver wird das Vertrauen. Umso stärker minimiert es meine Risikowahrnehmung bezogen auf, sollte ich vielleicht doch jemand anderen nehmen, weil es besser wäre. Nur wegen des Preises. Ich sage immer, Preis spielt gar nicht die wesentliche Rolle im Business to Business. Und zwei wichtige Sätze, die da auch mit dazugehören. Wenn wir Vertrauensbildung als wesentlichen Bestandteil betrachten, und das ist es auch, um Geschäftsbeziehungen, Beziehungen generell, aber auch Geschäftsbeziehungen aufzubauen, also zu begründen, aufzubauen, auszubauen und zu erhalten, dann ist das in allererster Linie eine Kommunikations- und eine Überzeugungsaufgabe. Und jetzt können wir uns die Frage stellen, wieder die Frage stellen, die ich den ganzen Abend schon stelle, was kann uns da Digitalisierung helfen oder kann uns Digitalisierung das sogar alles abnehmen? Überzeugungsarbeit, naja, okay, sicherlich können wir auch wieder auf digitalem Wege hinsichtlich der Kompetenz beispielsweise, aber vielleicht auch beispielsweise des Wollens, wo ist hier mein roter Punkt, des Wollens zusätzliche, na, im weitesten Sinne Informationen liefern, die die Erwartungshaltung des Kunden, des potenziellen Kunden oder des Kunden, den wir eben schon haben, mit unterstützen. In dem Sinne, von dem wir wissen, dass wir es einhalten können. Aber hier, rauszukriegen, digital, was der Kunde erwartet, bezogen auf Gesinnung, Moral, Ethik, Integrität, Chemie oder sowas, da habe ich wieder ein großes Fragezeichen. Und der zweite, wichtige, für mich wichtige Satz, ich habe es vorhin ja schon mehrmals gesagt, Emotionen sind ein wesentlicher Teil für Vertrauensbildungen, aber auch für Entscheidungen. Es gibt einen Chart, ich habe es jetzt hier nicht dabei, aus dem Key Account Management Seminar, wo ich gesagt habe, wie bitte schön, wie kommen Entscheidungen zustande? Dieser Kreis, der so ein bisschen verzahnt war, ja, Entscheidungen sind rational, wer glaubt, dass ein Business-to-Business ausschließlich rational oder schwerpunktmäßig rational entschieden wird, der irrt, weil nämlich eben auch die persönlichen Aspekte, die persönlichen Motive eine vielleicht gleichgewichtige Rolle spielen. Es spielt auch keine, wo es 60, 40 ist oder was, aber es eine wichtige Rolle spielt. Und deswegen, Emotionen ist ein wichtiger Teil und die Frage, ob wir Emotionen nur mit Emojis, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen mit Emojis, ersetzen können, weiß ich nicht. Da musste der ja mir auch Emojis schicken. Und ob er das macht, so im Geschäft, da müssen wir schon ganz gut befreundet sein. Da kann es mal sein, dass er mir mal irgendein Grinser hinzuschickt oder vielleicht auch mal einen grün wütenden Kopf, weil irgendwas schiefgegangen ist. Ja, okay. Aber in Wirklichkeit steckt dahinter, doch da sind ja so Emoji für meine Begriffe, das, was tatsächlich zwischen den Menschen passiert. Gut. Dann habe ich hier nochmal aus einem Sales Manager eine Grafik nachgemalt und ich habe vergessen, die Quelle dazu zu schreiben. Was sind demnach vertrauensbildende Faktoren? Zum einen ist der Vertrauensvorschuss, den man jedem gibt, mit dem man überhaupt irgendetwas tut, mit dem man ins Gespräch geht. Man vertraut ihm, dass der einem nicht gleich eine von Latz haut zum Beispiel. Sonst würde man es nicht machen, wenn man das Vertrauen nicht hätte. Also Vertrauensvorschuss, okay, die Frage ist, wie kann hier Digitalisierung unterstützen? Ja, ja, indem das, was über das Unternehmen, also jetzt wieder aus Sicht des Kunden, was über das Unternehmen bekannt ist, auf vielfältigen Kanälen, auf vielfältige Weise in digitaler Form erforschbar ist. ist also okay, diesen Vertrauensvorschuss, den kann man sicherlich ein Stück weit auch mit digitaler Hilfe mit erwirken, sage ich mal. Vertrauen im sozialen Kontakt, das ist jetzt genau das Zwischenmenschliche. Da kann ich schon mal gucken, was schreibt der auf Facebook oder so, also was schreibt der Lieferant auf Facebook aus Kundensicht oder wo ist der sonst noch unterwegs, aber ansonsten, der soziale Kontakt ist tatsächlich für mich immer noch der Kontakt zwischen zwei Menschen und nicht zwischen zwei Avataren oder zwischen zwei Maschinen. Deswegen sage ich mal da, naja, ein bisschen was vielleicht, aber eben nicht wirklich digitalisierbar. Eine offene Kommunikation, ja, offen heißt, eine ehrliche, eine weitgehend ehrliche zumindest, habe ich auch gesagt, ja, natürlich, die Kommunikation generell wird unterstützt, wird beschleunigt, wird vereinfacht mit digitalen Möglichkeiten, aber auch hier, dass sie sich in die Augen gucken können, das Mitkriegen von Körpersprache und auch selber das Äußern über Körpersprache spielen, glaube ich, da hoffe ich keinen Widerspruch aus der ersten Reihe zu kriegen, spielen für Kommunikation nach wie vor eine wesentliche Rolle. Das mag, vielleicht, wir ändern uns ja, also Evolution, vielleicht ist es in 50 Jahren tatsächlich anders und wir agieren und reagieren anders. Ich kann es mir nicht wirklich vorstellen, aber okay. Das Thema Authentizität, habe ich immer gesagt, spielt eine ganz wichtige Rolle. Stellen Sie sich auf Ihren Kunden ein, habe ich immer gesagt, versuchen Sie rauszufinden, wie der tickt und versuchen Sie darauf einzugehen, aber bitteschön, verstellen Sie sich nie, bleiben Sie, wer Sie sind. Authentizität. Und das ist ja nur etwas Persönliches, also da sage ich mal, das kann ich nicht digitalisieren. Teile vielleicht, die meine Persönlichkeit ausmachen, aber die Authentizität, das ist das, was ich dann immer wieder tatsächlich lebe, wie ich bin. Ich kann da viel reinschreiben, er hat jetzt auch viel reingeschrieben da in meinem Lebenslauf. Meist das stimmt. Ehrlichkeit. Okay, Ehrlichkeit heißt, ich mache das, was ich denke und was ich gesagt habe. Ja, da kann ich sicherlich durch digitale, oder Unterstützung digitaler Vorgehensweisen im allerweitesten Sinn, dieses Element mitbefeuern, mitbefeuern. Aber auch hier glaube ich persönlich, dass Ehrlichkeit letztlich auch darauf beruht, wie ich jemanden anderen im persönlichen Kontakt, nicht ausschließlich im persönlichen Kontakt, aber eben grundlegend im persönlichen Kontakt erlebe. und schließlich und endlich die wahrgenommene Kompetenz, da haben wir gerade darüber gesprochen, also die vom Kunden wahrgenommene Kompetenz, ob die dann tatsächlich so ist oder nicht, ist dabei wohl nicht so wichtig. Ja, auch da kann man sagen, da werden digitale Möglichkeiten Unterstützung bieten können. Also, was wir gesehen haben auf den vergangenen Folien, häufig Häkchen in Klammern, ja, Digitalisierung wird hier unterstützen, selten, nur ein Haken im Sinne von, ja, das ist wahrscheinlich in 14 Jahren voll digitalisierbar, vorstellbar. Insofern versuche ich jetzt, und da bin ich ja mehr als in der Zeit geblieben, die Ausgangsfragen, die da so reingeflogen sind, nochmal aufzunehmen und eine sicher ganz subjektive und auch niemals vollständige Antwort zu geben. Erfolgspotenziale eines zukünftigen Vertriebs im Rahmen oder vor dem Hintergrund der Digitalisierung oder des Megatrends Digitalisierung, was denken Sie? Was sind die Erfolgspotenziale eines zukünftigen Vertriebs 2032 vor dem Hintergrund von Digitalisierung? Oder wenigstens ein paar Erfolgspotenziale. Das ist die quasi letzte Folie. Genau, quasi geht gar nichts. Das ist die vorletzte Folie. Herr Frost, danke schön. Weil ich immer sage, Leute, lasst es quasi weg. Das mache ich selber. Also. Ja, ja, Reichweite, sehr schön. Steht da zwar nicht, aber glaube ich jedenfalls nicht, dass ich hingeschrieben habe. Aber ist gut, ja. Noch andere? Flexibilität, ja. Steht da auch nicht, aber ist gut. Hätte ich alles reinschreiben können, hätte ich nicht drauf gepasst. Okay, decken wir das Kärtchen auf. Intensive, individuelle Kundenorientierung. Also ich habe es ein bisschen abstrakter gemacht, ein bisschen drübergehoben. Da spielen alle die zwei Dinge mit, die Sie gerade genannt haben. Und dazu Hilfenahme, und jetzt ist wichtig, der jeweils geeigneten digitalen Unterstützung. Es gibt keine Allheilmittel. Das musst du machen, dann geht's. Du musst Tablets einsetzen damit. Du musst vernetzt sein damit. Du musst bei Facebook sein damit. Nee. Das muss ich im Einzelfall beurteilen. Und mir sehr genau angucken. Tatsächlich frage ich mich, was Unternehmen im Business-to-Business davon haben, wenn sie als Unternehmen oder auch Mitarbeiter davon auf Facebook unterwegs sind. Also was sie aus der Sicht vertrieblicher Unterstützung davon haben. Ich frage es mich und ich habe keine Antwort für mich gefunden. Da gibt es viele Veröffentlichungen, die aber sehr häufig eben im Business-to-Konsumer-Umfeld unterwegs sind. Und da weiß man, da gibt es eine Reihe positiver Wirkungen. Also, das ist mein Antwortversuch. also zur digitalen Unterstützung oder Flankierung oder auch zum Teil sogar Automatisierung. Das sind die Erfolgspotenziale eines zukünftigen Vertriebs vor dem Hintergrund der Digitalisierungsmöglichkeiten. Wird der Vertrieb vollkommen digital? Die Antwort können Sie alle geben. Also zumindest nach meiner Auffassung. Stimmt. Das ist eine kurze Antwort. Nein. Wird es nicht werden. Er wird auch damit, wenn man so will, nicht überflüssig. Da drüben haben wir noch eine Frage, die wir dann auch gleich beantworten. Was lässt sich digitalisieren? Vertrieb. Okay, ich decke das Kärtchen auf. Standardisierbare Vertriebsprozesse, natürlich, sind sie zum Teil ja schon. Backoffice, Beratung, ja, lässt sich zum Teil eben auch digitalisieren oder vielleicht sogar automatisieren. Abwicklung, also alles, gehört auch zum Vertrieb, alles, was nach dem Einholen des Auftrags passieren muss. Das Thema Selbstbedienung, ich habe es in Gänsefüßchen mal geschrieben, wird auch eine Rolle spielen, ja, nämlich Selbstbedienung, wo der Kunde, also eine Pull-Geschichte betreibt. Informationsversorgung, Produktleistungskonfiguration und andere Themen, ja, die werden den Vertrieb mit Sicherheit beeinflussen. Sie werden ihn auch entschlacken. Und das ist vielleicht ein ganz wichtiger Punkt, den ich gleich nochmal aufnehme. Das Thema eines Marktscreenings oder einer Marktforschung einer Kunden, eines Kundenscreenings und auch eines Lead-Screenings, also des genauen Beurteilens oder deutlich genaueren Beurteilens, so will ich sagen, von Verkaufschancen, ja, das wird sicherlich kommen und nicht mehr nur auf der individuellen Beurteilung des jeweiligen Vertrieblers beruhen. Und das ist ja auch nicht schlecht. Grenzen der Digitalisierbarkeit? Für den Vertrieb immer. Frau Wille. Weiß ich nicht. Und Sie haben es getroffen. Ja, ist schön. Wahrscheinlich das zutiefst menschliche wird nicht digitalisierbar sein. Meine Auffassung. Und schön, wenn ich dann nicht ganz alleine bin und Frau Wille mir zur Seite springt. Braucht es denn den Vertriebler dann noch 32? Ja, ich habe da jetzt nicht nur Ja hingeschrieben. Ich habe ja eigentlich im Fall hingeschrieben. Ja, aus Gründen, die man, glaube ich, jetzt einfach, hoffe ich, hoffe ich, wenn man den Parforsrit, den ich mit Ihnen gemacht habe, zusammenfasst, auch so unterschreiben kann. Er wird, und das ist das, wo ich gesagt habe, da kann ich gleich nochmal drauf zukommen, durch Digitalisieren, durch Unterstützung im Rahmen und auch zum Teil Übernahme von Aktivitäten, die heute Vertriebler im Business-to-Business-Umfeld wahrnehmen, wahrnehmen müssen, die aber wegfallen oder zumindest erleichtert werden. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder die Hälfte Vertriebler wird entlassen, das wäre auch eine wirtschaftliche Überlegung wert, oder die existierenden Vertriebler können sich viel intensiver um das Wesentliche im Vertrieb kümmern, nämlich um ihren Kunden. Und das Thema Beziehung viel, viel intensiver betreiben. Das ist zumindest mein Credo. Ist also Digitalisierung ein Heilsbringer oder nur ein Hype? Meinung? Dazwischen. Das ist schön, ja. Ihr habt zugeguckt. Weder noch. Es ist weder ein Heilsbringer noch ein Hype. Digitalisierung wird den Vertrieb effektiver und effizienter machen, so meine Schlussfolgerung, dessen Erfolgskern, also nämlich der des Vertriebs, den Auf- und Ausbau von Geschäftsbeziehungen wird es aber nicht ersetzen können. Nach meiner Auffassung. Und es gibt Herausforderungen für den Vertrieb, da ist die Leinwand leider nicht lang genug, ich habe nur ein paar aufgeschrieben. Ja, weil wir reden drüber, ja, und natürlich wird es leichter, besser, erfolgreicher, was auch immer, mit Einschränkungen. Aber was muss denn passieren, was müssen die Unternehmen tun, damit sie diesen Ritt mitmachen können? Und viele sind dazu noch nicht fähig oder bereit. Die strategischen Dimensionen, die hinter einer Digitalisierung eines Unternehmens, aber eben auch eines Vertriebs, und da sind wir ja noch lange nicht weit fortgeschritten, das ist in der Produktion oder so, schon viel, viel anders, die strategischen Dimensionen zu erfassen und sie dann im Unternehmen auch umzusetzen, steht an anderer Stelle, ist sicherlich eine Herausforderung. Das Silo-Denken, ich habe es am Anfang angesprochen, das in Unternehmen, in großen Unternehmen vor allen Dingen herrscht, muss durchbrochen werden. Das Silo-Denken, das dann unter anderem auch mit Insellösung oder sonst was zu tun hat. Schnittstellenthematik habe ich am Anfang schon besprochen. Ganz aktuell, Datensicherheit, muss ich glaube ich gar nicht viel dazu erzählen. Auch der Kaninchenzüchterverein schickt jetzt einem eine Mail und das hat Datenschutz verordnet, neue DVSGO oder wie sie heißt. Das Thema Zentralisierung und Harmonisierung von Daten im eigenen Haus, aber eben auch in Zusammenarbeit mit den Kunden. Herausforderung. Die Komplexität, die sowieso schon herrscht und damit auch die zum Teil und wahrscheinlich auch für einige, wenn nicht sogar für viele Beteiligte in den Unternehmen, die nicht mehr durch Schaubarkeit der Zusammenhänge. Da kriege ich eine Zahl auf den Tisch und die ist dann halt so. Ob da irgendeiner in das Excel steht, aus Versehen eine falsche Formel eingebaut hat oder nicht, das kriegen wir gar nicht mehr mit, weil wir dem einfach glauben. Ich persönlich bin dabei, und das ist auch ein Thema, eine Herausforderung, die bestanden werden muss. Wir brauchen Qualifikation von Mitarbeitern. Also mit Big Data umzugehen, das ist ja nicht hier so. Und daraus richtige Schlüsse zu ziehen oder zumindest Schlüsse zu ziehen, alternative Schlüsse zu ziehen, die man dann einem Management vorlegt und sagt, so oder so. Also wir brauchen qualifizierte Mitarbeiter, die in diesem Umfeld Digitalisierung, speziell Big Data, Data Mining, Data Drilling, Analyzing etc. umgehen können. Und wir müssen Digitalisierung nicht nur im Vertrieb denken, sondern wir müssen es unternehmensweit denken. weil, also nur das Silo Vertrieb im Rahmen von Digitalisierung anders aufzustellen, wie gar nicht sagen, neu aufzustellen, sondern zu verbessern, wäre zu kurz gesprungen, weil Vertrieb hat mit allen Bereichen zu tun, das ist am Handel. Auf manchen der Slides habe ich das ja auch gesagt, das heißt Orchestrierung nach innen und nach außen beispielsweise, das ist eine Herausforderung. Unternehmensweit denken, aber, bitteschön, nicht top down per order dem Mufti dann auch versuchen einzuführen, sondern wir müssen aus der Mitte der Organisation heraus mit den Mitarbeitern, die ihre eigenen Erfahrungen haben mit dem, was sie tun, im Vertrieb speziell jetzt, mit denen müssen sie das entwickeln. Ich habe vor Jahren und auch immer wieder mal gesagt, warum scheitern die meisten CRM-Projekte in den letzten 15 Jahren? Und man spricht davon 50 bis über 50 Prozent. CRM, Customer Relationship Management, das Allheilmittel, war es damals 2001. Oder wurde es zumindest gehiesen. Warum scheitern die? Weil die von der IT-Abteilung oder vom Management befohlen worden sind, eingeführt worden sind und irgendwann haben die Vertriebler mitgesagt gekriegt, übrigens nächste Woche musst du mal anderthalb Tage zum Seminar und ab nächsten Monat machst du es. Dann nehmen sie keinen mit. Würde man sie auch nicht mitnehmen. So digital natives sie auch sein mögen. Also das ist eben auch eine ganz wichtige Herausforderung und damit komme ich dann zu meinem ganz persönlichen Fazit, aber ich glaube, das können Sie sich jetzt schon vorstellen. Ich habe mir da zwei wichtige Menschen hergenommen, die was Wichtiges gesagt haben, das ich voll unterschreibe. Der Deepak Malhotra an Marketing, Professor an der Harvard Business School. At the end of the day, Negotiation, und das ist ja das, worum es dann eben auch Verhandlungen nämlich in Geschäftsbeziehungen geht, is always fundamentally about human interaction. Und das Zweite, deutlich älter, Wilhelm von Humboldt, im Grunde ist es immer die Verbindung mit Menschen, die dem Leben seinen Wert geben. Und ich bin der Überzeugung, und dann lassen Sie uns in 14 Jahren darüber reden, dass das auch weiter Bestand haben wird und für den Vertrieb eine essentielle Rolle spielen wird. Ich mag mich täuschen. Haben Sie vielen Dank. Applaus